Vor vielen hundert Jahren geriet ein kleines Weisemädchen auf Papaya. Sie hatte nur einen Freund, einen kleinen Vogel, der nicht von ihrer Seite wich. Da begegnete ihr ein alter, blinder Mann. Er sagte zu ihr, du wirst die Königin dieser Insel sein und dafür sorgen, dass alle Menschen, ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, glücklich miteinander leben und so geschah. Und sie benannte ihr Königreich nach ihrem eigenen Namen.